Hallo da draußen, wie schön, dass wir heute gemeinsam nähen und zwar nähen wir die Sigrid Pans. Ich würde sie dir wirklich sehr gerne zeigen, doch ich habe einfach zu viel Angst, dass ich wieder vom Stuhl falle, wie bei den Kolotz. Deshalb mache ich das jetzt nicht, aber du weißt ja an sich eh, wie sie ausschauen vom Shop. Apropos, wie sie ausschauen, damit sie wirklich bei dir am Ende auch so ausschauen, ist es wichtig, du weißt es schon, dass du dir Klärvideos anschaust. Ich weiß, ich sage es immer wieder und es nervt, aber es ist einfach so wichtig, damit ich sicher gehen kann, dass du am Ende genau so einen Teil zu Hause hast. Und das nächste ist, nähen soll Spaß machen. Also lass dich nicht zu sehr ärgern oder stressen, sondern genieße es, denn es hat absolutes Lieblings-Hobby-Potenzial. Und jetzt können wir auch schon losstarten und wir sehen uns ganz gleich mit dem fertigen Teil wieder. Und kurz zur Information, bevor wir losstarten können, solltest du jetzt alle Schnitte zugeschnitten und markiert haben. Falls du das noch nicht gemacht hast, dann mach das jetzt bitte. Für den ersten Schritt brauchen wir entweder ein altes Stofftuch oder Zeitungspapier oder irgendetwas anderes, um das Bügelbrett komplett damit abzudecken. Wenn du das hast, dann nehmen wir uns eins der beiden Vorderteile und legen es mit der richtigen Seite nach unten, das ist wirklich wichtig, auf das Bügelbrett. Denn jetzt wollen wir entlang der Kante G und C das Formband aufbügeln. Falls du dich gegen die Taschenvariante entschieden hast, dann hast du keine Kante G, sondern konzentrierst dich jetzt nur auf die Kante C. Bitte schau aber trotzdem an, was ich mit der Kante G mache, denn da erkläre ich alles ganz genau und später mache ich nur mehr so schnell schnell. Das Formband ist das Band, das sich weich wie Stoff anfühlt. Und es ist entweder wie bei mir weiß oder wenn du einen dunklen Stoff hast, schwarz. Das weiße, papierartige Band ist das Saumband und das brauchen wir erst später. Es hat zwei verschiedene Seiten, eine raue Seite, das ist die Kleberseite und eine weiche Seite. Die Kleberseite kommt natürlich nach unten, sodass sie auf dem Stoff liegt und wir platzieren es so, dass es circa einen halben Zentimeter von der Kante entfernt ist und schön parallel zur Kante verläuft. Wenn du das hast, dann einfach ein paar Mal drüber bügeln, bis es wirklich gut haftet. Danach das Band abschneiden, sodass es genau mit dem Stoff endet und nochmal kontrollieren, ob auch die Enden wirklich gut haften, falls nicht einfach nochmal drüber bügeln. Und ansonsten können wir zur nächsten Kante übergehen. Und dort machen wir an sich genau das gleiche wie vorhin. Der einzige Unterschied ist, dass wir unten eine Kurve haben, deshalb würde ich jetzt zuerst mal vorschlagen, dass wir die gerade Strecke bügeln und uns dann der Kurve widmen. Das Gute am Formband ist, dass man es, wenn man es ein bisschen dehnt, super schön entlang von Kurven legen kann. Deshalb dehnen wir es ein bisschen, denn es sollte keine Falten schlagen, sondern ganz glatt da liegen und trotzdem überall einen Abstand von 0,5 Zentimeter zur Kante haben. Und wenn das passt, dann einfach nochmal drüber bügeln, bis es richtig gut auf dem Stoff klebt. Danach wieder, wie vorhin, die Enden abschneiden, vielleicht nochmal drüber bügeln, falls nötig. Und das Ganze machen wir jetzt auch noch mit dem anderen Vorderteil. Und am besten kontrollierst du nochmal, ob du wirklich auf der falschen Seite das Formband aufbügelst. Das heißt, wenn die beiden Vorderteile beide mit der falschen Seite nach oben da liegen, dann sollten sie gespiegelt sein und auf gar keinen Fall in die gleiche Richtung schauen. Denn wir wollen ja ein linkes und ein rechtes Hosenbein haben und nicht zwei rechte oder zwei linke. Und dasselbe gilt natürlich auch für die beiden Rückenteile. Auch hier werden wir jetzt auf der falschen Seite, ganz wichtig, das Formband genau wie beim Vorderteil entlang der Kante zäh bügeln. Und wenn du das mit beiden Rückenteilen gemacht hast, dann kannst du weitergehen mit dem nächsten Schritt. Dafür brauchen wir jetzt einen der beiden Taschenbeutel und legen ihn wieder wie vorhin mit der richtigen Seite nach unten, das ist wieder ganz wichtig, auf das Bügelbrett. Denn jetzt wollen wir wie vorhin entlang der Kante G das Formband aufbügeln. Dafür machen wir wieder genau das gleiche wie vorhin. Wir nehmen uns das Formband, legen es mit der rauen Seite nach unten entlang der Kante G, sodass es parallel zu dieser Kante ist und einen Abstand von so circa 0,5 cm dazu hat. Und wenn das passt, dann wieder drüber bügeln, so lang bis es wirklich klebt. Genau, und dann haben wir es schon wieder. Aber bevor wir jetzt das gleiche mit dem anderen Taschenbeutel machen, nehmen wir uns diesen, drehen ihn um, sodass die richtige Seite nach oben schaut und falten ihn dann entlang der Spiegelachse. Die Spiegelachse verläuft von unten, von diesem Spitz bei der Kurve, bis oben zu dem Knips. Und wenn du halbwegs ordentlich zugeschnitten hast, dann sollten die beiden Hälften jetzt aufeinander passen und die Faltkante genau vom Knips bis unten zum Spitz verlaufen. Und wenn das ungefähr passt, dann bügeln wir schön gescheit über die Faltkante drüber, damit sie markiert ist. Und dann machen wir natürlich das Ganze nochmal mit dem anderen Taschenbeutel. Danach schnappen wir uns den Hosenbund und legen ihn mit der richtigen Seite nach unten auf das Bügelbrett. Jetzt falten wir ihn so längs in der Mitte, dass alle Knipse ganz genau aufeinander liegen. Und wenn wir das haben, dann bügeln wir einmal so richtig über die Faltkante drüber, damit sie für später markiert ist. Falls du beim vorigen Schritt die Markierungsnadel für die richtige Seite rausgenommen hast, dann bitte steck die jetzt wieder rein, denn wir brauchen sie für den nächsten Schritt. Denn jetzt werden wir die Kante F, also die kurzen Kanten, aneinander stecken. Dafür klappen wir das Bündchen wieder auf und legen die Kanten F so aneinander, dass die richtigen Seiten innen sind und die beiden Kanten F ganz genau aufeinander liegen. Am wichtigsten ist, dass du darauf schaust, dass nichts verdreht ist beim Bündchen. Es soll wirklich ganz glatt und flach da liegen, denn ansonsten können wir es natürlich später nicht annähen. Jetzt gehen wir an Stecken und das habe ich schon im Erklärvideo gezeigt. Das heißt, wenn du noch ein paar Fragen dazu hast, dann schau dir am besten diesen Punkt nochmal im Erklärvideo an. Ansonsten kann es losgehen. Wir stecken wie immer im rechten Winkel zur Kante und schauen, dass keine Dellen drin sind und dass das Ganze am Ende dann circa so ausschaut. Als nächstes wollen wir uns die Saumkante von den Vorderteilen und den Rückenteilen markieren. Dafür nehmen wir uns eins davon, ganz egal welches, und legen es mit der richtigen Seite nach unten auf das Bügelbrett. Dann klappen wir die Kante E so nach innen, dass die Faltkante ganz genau von Knips zu Knips verläuft. Damit wir sicher gehen, dass die Saumkante auch wirklich ganz gerade ist, nehmen wir uns dann nochmal das Maßband und messen nach, ob auch überall der Abstand von der Faltkante zu der Saumkante 5 cm beträgt. Wenn das passt, dann können wir einmal drüber bügeln, sodass wir sie wieder richtig schön markiert haben. Und nicht vergessen, dass wir das Ganze mit den beiden Vorderteilen und den beiden Rückenteilen machen. Der nächste Schritt betrifft jetzt all diejenigen, die sich für eine Tasche entschieden haben. Und zwar brauchen wir dann eins der beiden Vorderteile und legen es mit der richtigen Seite nach oben auf den Tisch, klappen dann den Taschenbeutel wieder auf und legen ihn mit der richtigen Seite nach unten auf das Vorderteil drauf, sodass die beiden Kanten G ganz genau aufeinander liegen und die beiden richtigen Seiten innen sind. Wichtig ist, dass nur ein Taschenbeutel für das Vorderteil passt, deshalb achte genau darauf, wie das bei mir da liegt, denn ansonsten kann es passieren, dass du den falschen Taschenbeutel annähst. Wir platzieren dann den Taschenbeutel so, dass er an der Seite mit dem Knips endet und oben an der Taille die beiden Knipse aufeinander liegen. Und wenn dann alles passt, dann können wir mit dem Stecken beginnen und das machen wir wie immer zuerst oben oder unten, dann in der Mitte und dann den Rest. Und wieder machen wir das gleiche natürlich mit beiden Vorderteilen und beiden Taschenbeuteln. Und so soll am Ende das Ganze ausschauen. Und dann geht es auch schon ans Nähen, aber bevor wir mit der eigentlichen Hose loslegen können, ist es wichtig, dass wir uns ein kleines Probestückchen nehmen, das aus dem selben Stoff ist, aus dem später auch die Hose genäht wird. Darauf nähen wir jetzt einfach ein bisschen rum, um zu schauen, ob alles mit der Maschine passt und du richtig eingefädelt hast. Und vor allem schauen wir auch darauf, wie sich der Stoff am Anfang einer Naht verhält, denn wie schon im Erklärvideo erwähnt, kann es sein, dass die Maschine ein paar Stoffe reinfrisst. Dafür gibt es dann so einen kleinen Papiertrick, das kannst du dir aber gerne nochmal im Erklärvideo anschauen. Und falls dein Stoff ausfranst, dann probieren wir jetzt natürlich auch den Versäuberungsstich aus. Das kannst du dir auch nochmal im Erklärvideo anschauen und vielleicht schaust du dir dann auch, gleich nochmal an, wie man Nähte auftrennt und sie wieder schließt oder erst später, wenn du es mal brauchst. Und falls du es nicht wusstest, unter jedem Video, auch den Erklärvideos, findest du ganz genau die Zeiten für jeden einzelnen Schritt, damit du dir nicht immer alles nochmal anschauen musst. Und falls du noch irgendwelche Fragen hast, dann kannst du gerne in die Community schreiben oder nochmal die Erklärvideos anschauen. Ganz egal, ich bin auf alle Fälle sehr gerne für dich da. Für unsere allererste Naht, die wir vorhin gesteckt haben, also die Kante G, legen wir die Stoffkanten auf die 1 cm Linie, stellen die Maschine auf den geraden Stich mit einer Stichlänge von so circa 2,5, machen den Fuß nach unten, drehen die Nadel in den Stoff und verschließen die Naht. Hier brauchen wir übrigens kein Papierplättchen, da uns das Formband genug Stabilität gibt. Wie immer gehen wir dann einmal komplett der Kante entlang und verschließen die Naht am Ende. Und das Ganze machen wir natürlich auch noch mit dem anderen Vorderteil. Als nächstes nähen wir uns jetzt den Hosenbund, denn wir nähen jetzt entlang der Kante F, die wir vorher gesteckt haben. Wie vorhin legen wir die Stoffkanten auf die 1 cm Linie, stellen die Maschine auf den geraden Stich mit einer Stichlänge von 2,5 und ich verwende jetzt hier ein Papierplättchen, das musst du aber nicht, wie vorher schon erklärt. Dann, ganz genau wie vorhin, machen wir den Fuß nach unten, drehen die Nadel in den Stoff, verschließen die Naht und nähen dann einmal komplett der Kante entlang und am Ende verschließen wir die Naht wieder. Dann nähen wir uns den Hosenbund und gehen damit an das Bügeleisen, denn jetzt bügeln wir die Nahtzugaben von der eben genähten Naht auseinander. Und wenn sie ganz schön flach gebügelt sind, dann falten wir den Hosenbund wie am Anfang noch einmal längs in der Mitte und bügeln die Faltkante noch einmal rein, weil wir sie jetzt wahrscheinlich ein bisschen rausgebügelt haben. Der nächste Schritt ist prinzipiell super einfach, doch irgendwie habe ich meine Probleme, dass ich das gut erkläre. Deshalb, ich gebe mein Bestes, logisch zu bleiben. Der erste Schritt ist noch super leicht und zwar bügeln wir jetzt auch die Nahtzugaben von der Tasche und dem Vorderteil auseinander und das machen wir genau wie vorhin, einfach schön flach auseinander bügeln. Und wenn wir das haben, dann klappen wir die Tasche so nach innen, dass die beiden falschen Seiten aufeinander liegen und die Naht genau an der Faltkante liegt. Außerdem sollte unten das Ende vom Taschenbeutel genau auf den Knips von der Seitennaht treffen und oben beim Bund der Hose sollten die beiden Knipse von der Hose und von dem Taschenbeutel auch genau übereinander liegen. Und wenn das passt, dann werden wir jetzt die Faltkante, also die Naht flach bügeln. Und wichtig ist dabei, dass man von außen die Naht nicht sehen kann. Das heißt, wir rollen die Naht so ein bisschen, wirklich minimalst vielleicht einen Millimeter Richtung Taschenbeutel und somit ist es dann von außen eine schöne Faltkante ohne die sichtbare Naht. Wenn wir das haben, dann bügeln wir diesmal aber so richtig gescheit drüber, denn es soll so gut es geht halten. Ich drücke dann gern noch mit meiner flachen Hand nach dem Bügeln drauf, dann wird es noch glatter und hält noch besser. Das musst du aber nicht, denn es ist wirklich sehr heiß, aber ich mache es ganz gerne, weil es einfach schöner ausschaut. Und wenn wir das dann haben, dann falten wir den Taschenbeutel wieder entlang der Spiegelachse, so wie wir es ganz am Anfang gemacht haben und bügeln nochmal über diese Spiegelachse drüber, einfach nur um sicher zu gehen, dass es wirklich flach ist. Und dann stecken wir uns die Kurve von dem Taschenbeutel, weil wir die natürlich schließen müssen, sonst hätte er nicht wirklich viel Sinn, denn er hat ein Loch. Deshalb machen wir das jetzt. Und zwar wie immer, zuerst am Anfang oder am Ende, dann dazwischen und dann den Rest. Und im besten Fall schaut es dann ungefähr so aus, wie bei mir jetzt. Und wenn wir das jetzt nähen, da gibt es eine kleine Sache und zwar, oben ist es ja eine Faltkante, das heißt, dort ist der Taschenbeutel schon geschlossen. Deshalb nähen wir entlang der offenen Stoffkanten und sobald wir merken, dass wir schon bei der Faltkante sind, nähen wir dann Richtung Faltkante einfach raus und verschließen dann die Naht so wie immer. Und wenn du das mit beiden Taschenbeuteln gemacht hast, dann gehen wir jetzt damit an die Nähmaschine und machen genau das, was ich dir gerade gezeigt habe. Wir stellen dafür die Maschine auf den geraden Stich und eine Stichlänge von 1,5. Dann legen wir die Stoffkanten auf die 1 cm Linie. Wir fangen übrigens nicht bei der Faltkante an, sondern an der Seite, dort wo die offenen Stoffkanten sind. Und machen den Fuß nach unten wie immer, drehen die Nadel in den Stoff, verschließen die Naht und nähen dann einmal der Kante entlang. Falls du übrigens in der Kurve Probleme hast, dann gibt es den Trick, dass du immer wieder die Nadel in den Stoff drehst und den Fuß hebst und den Stoff wieder so hinrichtest, dass er auf der 1 cm Linie ist. Und sobald wir bei der Faltkante sind, machen wir genau das, was ich vorher erklärt habe. Wir machen einfach eine Kurve Richtung Faltkante raus und verschließen dann die Naht. Und natürlich machen wir das Ganze auch wieder mit dem anderen Taschenbeutel. Der nächste Schritt, der jetzt kommt, ist nur für diejenigen, die einen Stoff haben, der ausfranst. Und zwar müssen wir jetzt die Kante G, die wir ganz am Anfang genäht haben und dann auch schon auseinander gebügelt haben, jetzt versäubern. Und wenn du nicht mehr ganz genau weißt, wie das geht, dann bitte schau dir nochmal das Erklärvideo an, denn das ist jetzt nicht einfach so schnell zu erklären. Übrigens würde ich, wenn es geht, kein Papierblättchen hier verwenden, denn es ist super mühsam, das wieder rauszufuseln. Deshalb, falls es gar nicht geht, kannst du es verwenden, aber wie gesagt, es ist ganz schön viel Arbeit, das dann wieder rauszukriegen. Ansonsten ist alles ganz genau gleich wie immer. Wir verschließen am Anfang, gehen dann komplett der Kante entlang und verschließen am Ende wieder. Danach machen wir genau das Gleiche mit der Taschenbeutelnaht, die wir vorhin genäht haben und das Ganze machst du bitte auch noch mit dem anderen Taschenbeutel und ja, so soll das Ganze dann circa ausschauen. Die fertige Kante G schaut übrigens circa so aus. Nachdem ich dieses Papierdings da ewig lang rausgefuselt habe, es ist immer noch ein kleines Stück dran. Oh Gott, das werde ich nie mehr rauskriegen. Es kann sein, dass durch das Versäubern die Kanten so ein bisschen wellig sind und deshalb bügeln wir jetzt einfach nochmal drüber, damit sie wieder gerade sind. Wenn wir das haben, dann kommt jetzt ein Schritt, der wieder für alle wichtig ist, also nicht nur für diejenigen, die einen Stoff haben, der ausfranst, sondern für alle, die eine Tasche haben wollen. Und zwar werden wir jetzt den Taschenbeutel und das Vorderteil fixieren. Dafür stecken wir einmal seitlich und einmal oben am Bund alle Lagen von dem Taschenbeutel und vom Vorderteil aneinander. Und das Ganze machen wir natürlich wieder mit beiden Vorderteilen und dann gehen wir damit an die Nähmaschine. Wir stellen die Maschine auf eine Stichlänge von 2,5 und den geraden Stich. Dann legen wir die Stoffkanten so unter den Fuß, dass die Naht bei einem Abstand von circa 0,5 cm zur Kante ist. Es ist eigentlich egal, es darf nur nicht bei einem Zentimeter sein oder darüber hinaus. Und dann gibt es noch eine Sache, die ein bisschen anders ist und zwar verschließen wir diesmal die Naht nicht. Ich mache es zwar im Video, aber damit du es später leichter haben wirst, ist es besser, wenn du es nicht machst. Und so soll das Ganze dann am Ende ausschauen, nur bei dir sollte die Naht wie gesagt am Anfang und am Ende nicht verschlossen sein. Das Gleiche machen wir dann bitte auch noch auf der anderen Seite. Und jetzt haben wir tatsächlich wieder alle an Bord, auch diejenigen, die keine Tasche wollten. Denn wir schließen jetzt die Seitennaht B. Dafür legen wir das Rückenteil mit der richtigen Seite nach oben auf den Tisch, klappen den Saum auf und legen das Vorderteil mit der richtigen Seite nach unten auf das Rückenteil drauf, sodass die Kanten B ganz genau aufeinander liegen und die beiden richtigen Seiten zueinander schauen. Es ist übrigens ganz normal, dass das Vorder- und Rückenteil nicht gleich groß sind. Deshalb nähen wir auch zuerst die Kante B und dann die Kante A später. Sobald die Kanten B schön aufeinander liegen, können wir auch schon mit dem Stecken beginnen und wie immer das machen wir zuerst unten oder oben. Dann kommen alle Knipse dran und dann die Saumkanten, damit die auch schön aufeinander passen und zum Schluss wie immer alles dazwischen stecken. Das Ganze machen wir wieder mit beiden Hosenbeinen, sodass es circa so ausschaut. Wir stecken natürlich dann auch noch die Seite B von dem anderen Hosenbein und dann kann es auch schon an die Nähmaschine gehen. Dafür legen wir die offenen Stoffkanten auf die 1 cm Linie, stellen die Maschine auf den geraden Stich mit einer Stichlänge von 2,5 und den Rest kennst du schon. Wir machen den Fuß nach unten, verschließen die Naht am Anfang, nähen dann einmal komplett der Kante entlang und wenn wir bei der Stelle mit der Tasche angelangt sind, dann kann es sein, dass der Stoff so ein bisschen wegrutschen will, weil da so viele Stofflagen sind. Deshalb schau, dass du dort den Stoff besonders gut hältst, damit der an der 1 cm Linie bleibt. Wenn du unten beim Saum bist, ist es wichtig, dass der Saum aufgeklappt ist. So solltest du das eigentlich auch schon gesteckt haben, aber vielleicht hast du es ja irgendwie nicht so mitbekommen. Deshalb sage ich es nochmal und du nähst bis ganz zum Ende des Stoffes. Und wenn wir das dann mit beiden Hosenbeinen gemacht haben, dann gehen wir damit ans Bügeleisen, denn jetzt wollen wir wieder die Nahtzugaben von der eben genähten Naht aufbügeln. Im Bereich der Tasche ist es schwierig, die Nahtzugaben aufgrund der ganzen Lagen auseinander zu bügeln. Deshalb werden wir die Absteppung, die wir am Anfang gemacht haben, um die Tasche zu fixieren, jetzt wieder auftrennen und dann können wir die Nahtzugaben von der Tasche, speziell die kleine Ecke, die so wirklich dick mit vielen Lagen ist, rausschneiden, damit wir das Ganze schön glatt auseinander bügeln können. Und dann bügeln wir natürlich auch noch die komplette restliche Naht. Unten haben wir jetzt wahrscheinlich die Markierung für die Saumkante vom Anfang raus gebügelt, deshalb klappen wir den Saum nochmal nach innen und gehen da nochmal drüber. Und damit das Hosenbein komplett geschlossen ist, müssen wir natürlich auch noch die Seitennaht A schließen. Dafür klappen wir das Hosenbein so, dass die beiden richtigen Seiten innen sind und legen die Kanten A ganz genau aufeinander. Lass dich nicht davon irritieren, dass oben beim Schritt die beiden Kurven sich nicht ganz schön aufeinander legen lassen. Wie du siehst, ist es bei mir genauso. Wir legen es einfach so schön es geht aufeinander, das heißt unten soll es passen und oben. Und dann stecken wir wie immer zuerst unten, dann oben, dann den Knips in der Mitte und dann den Rest. Und oben können wir jetzt ganz schön die beiden Kurven aneinander stecken. Und bitte nicht vergessen, dass wir das Ganze auch mit dem anderen Hosenbein machen. Dann gehen wir mit beiden Hosenbeinen, die beide die Kante A jetzt gesteckt haben an das Bügeleisner, um sie zu schließen. Und dafür legen wir wie vorhin die Kanten auf die 1 cm Linie, stellen die Maschine auf den geraden Stich mit einer Stichlänge von 2,5 und genau, legen los. Wir machen den Fuß nach unten, drehen den Stoff in die Nadel, drehen den Stoff in die Nadel, drehen den Stoff, nee, drehen die Nadel in den Stoff, so heißt, drehen die Nadel in den Stoff, verschließen die Naht, gehen einmal komplett der Kante entlang und am Ende verschließen wir die Naht wieder. Hier gibt es wirklich nichts Besonderes zu beachten, genau wie vorhin schauen wir, dass die Saumkante aufgeklappt ist, aber das hast du auch schon so gesteckt normalerweise, also einfach gemütlich entlang nähen. Und das Auseinanderbügeln der Nahtzugaben ist diesmal auch super einfach, es gibt nichts zu beachten, außer dass vielleicht oben ist es eine Kurve, das heißt, da musst du schauen, dass du das irgendwie nur mit der Spitze bügelst, damit du keine Falten reinkriegst und dass du unten nicht vergisst, die Saumkante nochmal umzuklappen und dann auch nochmal da drüber zu bügeln. Und das Ganze natürlich auch wieder mit dem anderen Hosenbein. Leider habe ich vergessen, den nächsten Schritt für die Cigarette Pants zu filmen, deswegen siehst du den Schritt jetzt anhand von der Colotte, aber an sich ist es genau das gleiche, denn wir müssen jetzt die Kanten A und B versäubern. Das machen wir wieder wie vorhin, indem wir alle Nahtzugaben zusammenklappen und gemeinsam versäubern, indem wir sie alle zusammen unter den Fuß legen. Die Einstellungen sind dabei genau die gleichen wie vorhin. Du weißt jetzt besser als ich, was du genau bei deinem Stoff beachten musst, deshalb mach es einfach genau wie vorhin und dann geht es schon los. Wir verschließen, gehen einmal komplett der Kante entlang und verschließen unten wieder. Jetzt kann es wieder sein, dass die Nahtzugaben sich gewählt haben durch das Versäubern, deshalb gehen wir nochmal ans Bügeleisen und weil die Nahtzugaben jetzt zusammen versäubert wurden, können wir sie ja nicht mehr auseinander bügeln, deshalb bügen wir sie gemeinsam in eine Richtung und zwar sollten sie immer in Richtung Rückenteil schauen und für all diejenigen, die keine Taschen haben und sich schwer tun, Vorder- und Rückenteil auseinander zu halten, ist es vielleicht ganz hilfreich zu wissen, dass das Rückenteil um einiges größer ist als das Vorderteil. Und dann geht es wieder weiter für alle und zwar werden wir jetzt die Schrittnaht, also die Kante C schließen. Dafür drehen wir ein Hosenbein mit der richtigen Seite nach außen und ein Hosenbein mit der falschen Seite nach außen. Dann stecken wir das Hosenbein, das die richtige Seite außen hat, in das Hosenbein, das die falsche Seite außen hat. Dann legen wir sie so hin, dass die Kanten C ganz genau aufeinander liegen. Wie du siehst, sind jetzt die richtigen Seiten innen und die Seitennähte A liegen ganz genau aufeinander. Sobald das passt, können wir auch schon wieder mit dem Stecken beginnen und das machen wir wie immer zuerst Anfang, dann Ende und dann die Nähte A einander stecken. Wichtig ist, dass wenn du nicht versäubert hast, dann sollten die Naht sogar mal auseinander gesteckt werden und wenn du versäubert hast, dann sollten sie in die Richtung gelegt werden, in die du sie vorher gebügelt hast. Und dann wie immer den Rest dazwischen stecken. Und dann geht es auch schon wieder an die Nähmaschine und zwar schließen wir jetzt die Naht, die wir gerade gesteckt haben. Dafür legen wir die Stoffkanten wieder auf die 1 cm Linie. Die Maschine ist auf den geraden Stich mit einer Stichlänge von 2,5 gestellt und dann klappen wir den Fuß nach unten, wir drehen die Nadel in den Stoff, verschließen die Naht und nähen dann einmal komplett der Kante entlang, bis wir am Ende angekommen sind, wo wir die Naht wieder verschließen. Und nach dem Nähen kommt natürlich das Bügeln, das weißt du schon. Und hier ist es jetzt besonders wichtig, dass wir bei der vorderen und der hinteren Mitte schauen, dass die Nahtzugaben wirklich ganz schön glatt und flach auseinander gebügelt werden. Und ich gebe es zu, unten bei der Kurve, also zwischen den Beinen ist es wirklich nicht so leicht die Nahtzugaben auseinander zu bügeln. Deshalb mach es dort einfach so gut es geht und wie gesagt, am wichtigsten ist eigentlich die vordere und die hintere Mitte. Dieser Schritt ist jetzt wieder nur für diejenigen, die einen Stoff haben, der ausfranst. Und zwar müssen wir jetzt die Schrittkante natürlich auch noch versäubern. Das machen wir genau wie vorhin. Wir klappen beide Nahtzugaben zusammen und versäubern einmal komplett der Kante entlang. Dafür gehen wir an die Nähmaschine, stellen die Maschine auf die Einstellungen, die wir vorher immer benutzt haben und positionieren den Stoff auch so, wie wir es vorher gemacht haben. Dann verschließen wir die Naht am Anfang, nähen einmal komplett rum und am Ende angekommen, verschließen wir die Naht wieder. Dann gehen wir damit wieder zum Bügeleisen und bügeln jetzt die zusammen versäuberten Nahtzugaben schön glatt und vor allem auf eine Seite. Auf welche kannst du dir jetzt aussuchen, es ist wirklich ganz egal. Der nächste Schritt macht es immer mehr zu einer Hose, denn jetzt werden wir den Hosenbund anstecken. Dafür stülpen wir den Hosenbund so über die Hose drüber, dass die offenen Stoffkanten ganz genau aufeinander liegen und die Naht vom Bund an der hinteren Mitte Naht von der Hose ist. Da müssen jetzt die Leute ohne Tasche wieder ganz genau aufpassen, dass ihr auch das Rückenteil und nicht das Vorderteil erwischt. Falls du deine Kanten versäubert hast, dann bitte lege jetzt die Nahtzugaben so, wie die sie vorher gebügelt haben und steck sie dann und falls du sie nicht versäubert hast, dann bitte steck sie auseinander gebügelt, so wie du es im Video siehst. Jeweils rechts und links neben der hinteren Mitte Naht und der Naht vom Bund findest du einen Knips und diese Knipse gehören aneinander gesteckt. Danach stecken wir die Seitennähte von der Hose an den nächsten Knips von dem Bund. Hier ist wieder wichtig, dass wenn du die Nahtzugaben versäubert hast, du sie bitte gemeinsam auf eine Seite steckst und zwar die, die wir vorher gebügelt haben und falls nicht, dann bitte auseinander gebügelt stecken. Jetzt sollten am Bund noch drei Knipse übrig sein und bei der Hose zwei Knipse und die vordere Mitte Naht. Jetzt stecken wir die vordere Mitte Naht an den mittleren Knips von dem Bund und wenn wir das haben, dann stecken wir die beiden übrig gebliebenen Knipse von dem Bund an die zwei übrig gebliebenen Knipse von der Hose und zwar ist dieser Knips direkt bei der Tasche, falls ihr eine Tasche habt, sonst ist er einfach irgendwo mittendrin Jetzt haben wir die wichtigsten Punkte gesteckt und müssen nur noch die restliche Länge stecken. Dabei muss man nicht viel beachten, weil ja die Hose und der Bund die gleiche Länge haben, deshalb verteile einfach alles schön und du kannst gar nichts falsch machen. Und wenn du das gemacht hast, dann gehen wir zu einer Seitennaht, es ist egal welche, denn beim Nähen müssen wir eine so circa vier Zentimeter große Lücke lassen und diese machen wir ganz genau neben der Seitennaht. Dafür nehmen wir eine Stecknadel raus und stecken sie quer, damit wir später beim Nähen auch daran erinnert werden, höh, da darf ich wirklich nicht drüber nähen. Dann gehen wir mit der Hose wieder zur Nähmaschine und stellen die Maschine auf einen geraden Stich mit einer Stichlänge von 2,5 und fangen mit der Naht direkt bei der quergesteckten Nadel an. Dafür legen wir den Stoff so unter den Fuß, dass die Nähmaschinennadel ganz genau dort ist und die Stoffkanten auf der 1 cm Linie sind. Und den Rest kennst du schon, wir drehen die Nadel in den Stoff, verschließen die Naht, gehen dann einmal komplett um den Bund herum. Es ist alles wie immer, das einzige, das vielleicht ein bisschen schwieriger ist, sind wieder die vielen Stofflagen von der Tasche, deshalb achte dort besonders darauf, dass die Stoffkanten auf der 1 cm Linie bleiben. Und am Ende angekommen, stoppen wir natürlich wieder vor der quergesteckten Nadel und verschließen die Naht, sodass uns am Ende so eine Lücke bleibt. Und natürlich soll das Ganze wunderschön ausschauen, deshalb gehen wir jetzt ans Bügeleisen und bügeln die Nahtzugaben auseinander. Wie du merkst, ist es wieder bei den Taschen etwas schwieriger, deshalb trennen wir jetzt wieder diese Absteppung vom Anfang auf und schneiden die Nahtzugabe von der Tasche ein bisschen zurück, wieder speziell den dicken Wurzel am meisten wegschneiden, denn dann wird alles schön glatt. Nachdem wir dann alles schön auseinander gebügelt haben, bügeln wir die Nahtzugaben gemeinsam nach unten. Und sicherheitshalber auch nochmal von außen, damit es wirklich ganz schön flach ist, speziell wie gesagt bei den Taschen. Aber pass auf mit dunklen Stoffen, denn der kann zu glänzen anfangen, wenn man drüber bügelt. Und jetzt wieder nur für diejenigen, die einen Stoff haben, der ausfranst. Wir müssen jetzt die eben genähte Buntnaht versäubern. Das machen wir ganz genau wie immer. Das Einzige, das du beachten musst, ist, dass du die Lücke bitte offen lässt. Also am Anfang verschließen, einmal komplett rumnähen und dann am Ende auch verschließen, aber dabei die Lücke lassen. Und als nächstes brauchen wir das Gummiband, denn wir schneiden es jetzt für deine richtige Größe zu. Und zwar gibt es dafür, weil ja jeder Körper anders ist, keine Standardlänge. Du misst es an deiner persönlichen Teilie, einfach an deiner Teilie ab. Dafür nimmst du das Gummiband, und legst es um die Teilie. Es ist denkbar einfach. Und legst es so an, dass es ein bisschen gespannt ist, aber nicht zu sehr. Es sollte nicht unbequem sein, sollte aber auch nicht locker sitzen. Wenn du das dann hast, dann merkst du dir die Länge, misst diese Länge ab, rechnest zwei Zentimeter dazu und dort schneidest du dein Gummiband ab. Und das war's schon. Jetzt schnappen wir uns das richtig zugeschnittene Gummiband und zeichnen uns jeweils an den Enden einen Zentimeter ein. Diese Markierungen brauchen wir, damit wir später wissen, wo wir die beiden Enden aneinander nähen. Für den nächsten Schritt wäre es super, wenn du eine Sicherheitsnadel hättest. Falls nicht, ist das auch okay, nur dann dauert das Ganze wahrscheinlich ein bisschen länger. Denn wir wollen jetzt das Gummiband durch den Hosenbund durchfädeln und das geht um einiges leichter, wenn man an einem Ende eine Sicherheitsnadel befestigt. Wenn wir dann komplett durch sind und beide Enden rausschauen aus der Lücke, dann ist es wichtig, dass du nochmal kontrollierst, ob das Gummiband auch nirgends verdreht ist und wenn das passt, dann können wir die Sicherheitsnadel rausnehmen und die beiden Enden aneinanderstecken. Dafür legen wir die Markierungen, die wir vorher gemacht haben, ganz genau aufeinander und stecken es dann fest. Und damit gehen wir jetzt an die Nähmaschine. Und dafür stellen wir die Maschine auf den geraden Stich mit einer Stichlänge von 2,5. Die erste Absteppung werden wir in der Mitte machen, das ist so circa dort, wo die Markierung vorher war und das machen wir wie immer, wir verschließen, dann gehen wir einmal komplett runter und dann verschließen wir wieder. Als nächstes steppen wir dann auch rechts und links davon ab, damit die losen Enden wirklich fixiert sind. Wie du siehst, gebe ich mir jetzt nicht wirklich viel Mühe, dass es schön ausschaut, denn man sieht es später natürlich nicht, weil es im Bund versteckt ist. Wichtig ist nur, dass es wirklich gut hält und die beiden Enden nicht wegstehen. Jetzt müssen wir natürlich noch die Lücke schließen und dafür glätten wir die Stofflagen in diesem Bereich und stecken sie. Wir müssen aufpassen, dass wir das Gummiband schön weit oben haben, damit wir später nicht mit einnähen. Wenn wir mit dem Stecken fertig sind, dann legen wir die Stofflagen wieder auf die 1 cm Linie und stellen die Maschine auf eine Stichlänge von 2,5 und den geraden Stich. Wichtig ist, dass wir jetzt mit der Naht so circa 1 cm vor dem Ende der alten Naht anfangen. So gehen wir sicher, dass wirklich keine Lücke zwischen den beiden Nähten ist. Und dann nähen wir einmal komplett entlang der Lücke und am Ende schauen wir auch wieder, dass wir über die alte Naht drüber nähen und dann erst verschließen. Und wenn du einen Stoff hast, den man versäubern muss, dann bitte mach das jetzt auch noch mit dem kleinen Stückchen von der Lücke und das Ganze genau wie vorhin bei der Naht. Du fängst etwas über dem Ende der alten Naht an, verschließt dann, gehst komplett der Lücke entlang und am Ende nähst du auch wieder etwas über die alte Versäuberungsnaht drüber. Und dann gibt es noch einen kleinen Schritt für all diejenigen, die einen Stoff haben, der ausfranst und zwar müssen wir jetzt noch schnell gemeinsam die Saumkante versäubern. Dafür steppen wir jetzt einmal komplett entlang der Kante E. Wichtig ist nur, dass wir schauen, dass die Nahtzugaben auch richtig liegen, wenn wir drüber steppen. Und wenn das passt, dann legen wir die eine Stofflage unter den Fuß verschließen, gehen einmal komplett um den Saum Das Ganze machen wir natürlich auch mit dem anderen Hosenbein und dann können wir wieder die gewählten Kanten schön glatt bügeln, damit wir beim nächsten Schritt der Saumverarbeitung keine Probleme haben. Und das ist auch schon der letzte Schritt und für diesen letzten Schritt brauchen wir das Saumband. Das ist das Band, wie ich schon erwähnt habe, das so papierartig ist. Und wir drehen die dann brauchen wir das Saumband das wir mit der rauen Seite nach unten auf den Stoff legen. Wir platzieren es so genau wie möglich entlang der Kante aber nicht darüber hinaus denn ansonsten klebt das Hosenbeinarm Bügelbrett und das ist voller Kleber und das ist nicht wirklich das was wir damit bezwecken wollen. Deshalb lieber ein bisschen von der Kante entfernen damit wir nicht rauskommen. Und wenn es richtig liegt dann einfach ein paar Mal schön drüber bügeln bis es gut klebt. Auch hier ist wieder wichtig dass die Nahtzugaben entweder gemeinsam in eine Richtung oder auseinander geklappt sind. Und genauso machen wir das jetzt um den ganzen Saum herum und am Ende angekommen kannst du das Saumband einfach abschneiden und nochmal überall richtig schön drüber gehen damit es wirklich gut klebt. Wenn du damit fertig bist dann lass dieses Hosenbein abkühlen und mach das gleiche nochmal mit dem anderen Hosenbein Jetzt sollte das erste Hosenbein schön kühl sein und dann können wir auch schon die Papierschicht runterziehen und wenn wir das haben dann klappen wir den Saum wieder nach oben so wie wir es am Anfang gebügelt haben Dann stecken wir uns die Seitennähte fest dabei ist wichtig dass die Nähte wirklich ganz genau aufeinander liegen und entweder gemeinsam auf einer Seite sind oder auseinander geklappt sind das Gute ist dass wir uns jetzt immer auf eine Hälfte also von Stecknadel zu Stecknadel konzentrieren können und wissen dass wenn wir jetzt drüber bügeln nichts verrutscht und alles schön glatt ist denn wir nehmen uns jetzt das Bügeleisen und bügeln schön mit viel Dampf drüber damit die beiden Lagen aneinander kleben und pass dabei auf dass du nicht über die Stecknadeln drüber bügelst wir bügeln dann einmal überall zwischen den Nadeln und wenn du merkst dass es schon gut klebt dann kannst du die Nadeln raus nehmen und nochmal über die Stellen drüber bügeln an denen die Stecknadeln waren und achte bitte darauf dass du keine Falten rein bügelst denn das ist beim Kleber ziemlich blöd dann gehen wir sicherheitshalber einfach weil wir es können nochmal überall drüber und machen dann genau das gleiche mit dem anderen Hosenbein und jetzt schaut deine Hose schon wirklich fertig aus ist sie im Prinzip auch und ich bin mir sicher du hattest sie schon an ich will ehrlich sein natürlich habe ich sie schon an und aber nur um auf Nummer sicher zu gehen dass der Saum für immer und ewig hält müssen wir jetzt nochmal das ganze absteppen und es geht ganz leicht und schnell und dafür gehen wir an die Nähmaschine wir lassen die Hose mit der falschen Seite nach außen und legen sie so unter den Nähfuß dass die Kante entweder an der Außen oder Innenseite vom Nähfuß liegt wichtig damit man später dieses Überlappen der Nähte nicht so gut von außen sieht die Maschine stellen wir auf den geraden Stich und einer Stichlänge von drei und dann kann es auch schon losgehen wie immer drehen wir die Nadel in den Stoff verschließen gehen dann einmal komplett entlang der Kante und da ist wichtig dass es von außen schön gerade ausschauen soll das heißt wenn du beim Ausschneiden ein paar Zacken und so reingenäht hast dann bitte folge jetzt nicht diesen Zacken sondern schau dass du ganz entspannt gerade entlang des Saumes nähst und wie immer nähen wir etwas über den Anfang der Naht drüber und verschließen sie dann jetzt nur noch das gleiche mit dem anderen Hosenbein machen und du hast es geschafft das soll klatschen sein kommt zwar irgendwie nicht so wirklich an ohne dass man sieht aber es kommt wirklich von Herzen und jetzt bügeln wir nochmal den Saum schön glatt denn der hat sich wahrscheinlich ein bisschen aufgewählt durch die Absteppung und wenn wir das haben dann nur noch einmal überall schön drüber bügeln damit die Hose so toll wie möglich ist wenn wir sie zum ersten oder zweiten vielleicht auch dritten Mal anziehen Ich hoffe du hat es genauso viel spaß wie ich ich hatte einen riesen spaß aber um mich geht es ja nicht sondern um dich deshalb hoffe ich dass es dir gefallen hat und wenn das so ist dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben wenn du meinen Kanal abonnierst oder mir folgst außerdem freue ich mich über jegliche Fragen und Anmerkungen zum Video jetzt geh los und genieße